Jetzt haben wir hier 39 Sand, das sollte aber auch mal reichen, dann nehmen wir nämlich den Sand. Dann wollte ich jetzt gerade was ausprobieren, aber ich sehe gerade, ich habe gar keine Mittel dazu, das ist aber auch kein Problem, dann gehen wir einfach mal her und holen uns kurz ein bisschen Stein, ich will gar nicht wissen, wie lange ich jetzt wieder aufnehme, eher. Länger. Länger, also das ist wirklich eine äußerst gute Angabe. Genau, geht's nicht, ja, also. So, ich verabschiede mich jetzt mal, gell? Tue das, wir sehen uns dann nachher. Genau. Lieb. Bis denn. Bis denn, tschüss. Tschüss. So, liebe Freunde, da sind wir dann jetzt auch wieder alleine, der Wolke war dabei, ich hoffe, ihr findet es ganz cool, dass der Wolke ab und zu mal mit vorbeischneit. So, für alle, die jetzt nicht wissen, was wir vorhaben, ich denke mal, das ist ja nicht ganz offensichtlich, wir versuchen jetzt hier ein paar Fallen zu basteln, und jetzt hier uns die Damen hereinlaufen. Ich sehe gerade, das ist wahrscheinlich ein bisschen spät, deswegen... Moment. Gut. Ich werde jetzt mal... ...drei aufstellen. Und dann schauen wir mal, was abgeht. Ich sehe gerade, ich habe überhaupt keine Fackeln mehr drin, das ist vielleicht keine so gute Idee. Mal ganz schnell wieder dran. So. Wow, jetzt habe ich mal einen Schreck gekriegt, ja. So. Jetzt haben wir jetzt mal wieder Fackeln. Hier haben wir noch ein bisschen Glas gebrannt. Holz haben wir jetzt gar keins mehr, gell? Da müssen wir auch wieder langsam uns drum kümmern. Da haben wir noch ein Brot, wir müssen noch dafür sorgen, dass das Brot schnell wächst, das wird sonst... Also, dass das... Oh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass da hinten jetzt das spawnen kann. Das ist aber nicht so schlimm, die Spinne brauchen wir eh. Gibt uns aber nichts, okay. Schade, schade. Das Ding hier wächst eh nicht, warum auch immer. So, dann gehe ich jetzt mal hier rüber, angeln wir kurz ein bisschen was. Haben wir die Angel denn dabei? Haben wir nicht. Und wenn wir geangelt haben, sollte theoretisch gleich was da sein an Zombies, was wir vernichten können. Ich glaube, ich muss die Playlist mal neu starten, oder? Ja, ich muss die Playlist mal neu starten. Und ihr glaubt echt nicht, wie warm das gerade ist. Es ist... Oh, ich möchte eigentlich... Also, ich glaube, ihr glaubt das bestimmt, weil... Oh, was war das denn? Toll. Kugelfisch wieder einmal. Na komm. Ich frage mich, ob man... Hier später irgendwie genug Lava findet, um Obsidian abzubauen. Das ist eine gute Frage. Ob man hier in den Never reinkommt, weil ein Feuerzeug kann man ja auf jeden Fall machen. So gut, das ist eine Quest. Die Frage ist, kommt man in den Never rein? So, okay, da habe ich jetzt mal wieder einen Fisch. Ja, komm, dann mache ich die Holzsäcke einfach. Super. Super. Stopp. Mist. Super. Okay, hier ist kein Küper. Okay. Musée breitet sich weiter aus. Mal sehen's. Ziemlich gleich. Ziemlich gleich sogar. Äh. Jetzt habe ich ein bisschen davon wieder. Also ich kümmere mich wirklich erstmal um hier hinten, um das. Ich kann mich später immer noch um das Musée kümmern und um die Pilze. Ich empfinde den Weizen irgendwie ein bisschen wichtiger. Bis dahin habe ich Glas, okay. Machen wir das Glas einfach mal noch fertig hier. So eine Glasrute. Warum nicht? Ist auch eine schöne Art von wegen. Okay. Ich habe auch noch das hier. Da kann ich mir ganz schnell mal... ...noch ein bisschen Stein abkloppen hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie hat man das gemacht, dass man die Nutzung der Spitze hat. Wenn ihr das wisst, dann schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Das wäre äußerst geil. Huch, und sei also kaputt gegangen. So, okay. Jetzt noch mal schauen. Wir haben nämlich jetzt sechs Wolle schon. Das ist mega gut. Äh, sechs Wolle, sechs Dings hier. Und das machen wir zu Wolle. Dann können wir uns nämlich bald ein Bett basteln. Okay, Pfeiler haben wir. Wir haben auch ein bisschen davon hier noch. So. Jetzt warten wir eigentlich nur drauf, dass wir da irgendwelche Kreaturen spawnen. Er kommt, spawnt. Habe ich eventuell irgendwas, um mal hier ein bisschen weiter zu basteln? Ne, habe ich auch nicht. Ich habe noch einen neuen Erde. Die kann ich... Hier geht es auch erstmal nicht, aber ich kann ich ja hier eventuell immer anbasteln. Ich denke mal, wir werden noch genug Erde finden und wir werden da auch keine Probleme später haben. Was ist das denn da hinten? Ach, ist nur Schatten, okay. Er kommt, spawnt endlich. Was haben wir denn hier noch so für lustige Gegenstände? Ich fange ja nochmal einen Fisch. Vielleicht findet man auch was anderes. Auch nicht schlecht. Hauptsache irgendwas. Na los, komm. Na komm. Komm zu Papi. Eigentlich wollte ich das Display, kann ich mal sagen. Als fünftes Display anfangen. Und... Ach, Mist. Und nebenbei, von das... Also, dass wir vier normale Displays haben und das dann. Aber das mache ich jetzt doch nicht, weil ich weiß genau, dass ich übernehme mich dann wieder. Am Endeffekt wird dann wieder irgendwas ausgesagt werden. Und... Es wäre nicht schön. Ach, so okay. Nein, schon wieder nicht. Ach, Mann. Aber da sehe ich doch was. Das sehe ich doch. Da sehe ich doch. Dich und da sehe ich dich und... Oh, Mist. Dich. Und dich. Und dich sehe ich auch. Diesmal versteckt sie hier nichts. Okay. Hat sie mir Knochen eingebracht? Natürlich nicht. Komm, eine Portion Zombies noch. Ich frage mich auch, wo dieses Ding war. In welche Richtung das war. Hätte ich mir vielleicht merken sollen. Nee, warte mal. Die Sonne ist da aufgegangen. Dann war das hier. Das war hier. Das war in der entgegengesetzten Richtung wie die Sonne. Das sehe ich aber von hier jetzt gerade eh nicht. Ja, da steht schon wieder was drin. Nee, das sind die Kakteen gewesen. Schade. Schade, schade. Egal. Egal. Ich mache jetzt einfach mal hier so ein Stein-Ding hin. Einfach um ein bisschen voranzukommen. Hier Steinweg. Super, super. Aus dem Kies kann ich mir dann später auch noch was machen. Das ist wahrscheinlich habe ich sogar noch hier drin. Und ich habe sogar noch Erde hier drin. Das läuft doch fabulös. Dann packe ich mich jetzt die restliche Erde hier hin. Dann kann ich eigentlich mal einen Baum wieder hin platzieren. Seit langem. Und dann kann ich auch... Oh, guck mal, hier haben wir jetzt Weizen endlich mal selbst gereift. Natürlich. Und es gibt natürlich nichts ab. Ach, Leute, Leute, Leute. Was soll das nur werden mit euch? Kaktus haben wir noch. Ich werde das jetzt tagsüber einfach mal nutzen hier die Gegend. Huch. Ich werde das Gehege einfach tagsüber für die Bäume nutzen. So. Da muss ja irgendwas wachsen. Wie sieht es hier aus hier hinten. Hier wächst jetzt nicht wirklich, weil ich probiere das mal anders. Vielleicht wachsen die auch gar nicht, sondern die kann man wirklich nur mit Knochenmehl dann verarbeiten. Dann ist es gut, dass wir so eine 5x5 haben, weil größer werden die nicht. Dann geht mir nichts verloren. Oder uns. So. Was haben wir denn noch hier so? Wir haben hier noch Falltüren. Ich kann mich noch schönheitshalber einfach mal jetzt hier anbringen. Dann sind das nämlich Fenster. Weil für was anderes kann ich hier nicht verwenden. So. Da kann ich nur eine hin. Huch. Ich fahre jetzt hier runter. Ne, okay, gut. Du bist doch fertig. Genau. Und da habe ich zwei Weizsamen rausbekommen. Super. So will ich das haben. Und ich kann mir sogar noch ein neues Brot machen. Und wir haben gar keins mehr. Das ist also gleich doppelt so gut. Aber ich mache mir jetzt nur noch Brot und das hier. Als Kacktus kann ich mir nichts machen. Das ist ziemlich doof. Habe ich sonst noch was, worauf man sich was machen könnte? Nicht wirklich, gell. Äh, äh, hm. Die Truhe habe ich noch. Für weiteres Zeugens. Ja, da würde ich sagen, haben wir denn noch ein bisschen Holz übrig. Ein bisschen. Ne, nur noch Holzspitzhacke. Gut, naja. Entschuldigung, bis der nächste Baum gewachsen ist. Da habe ich ein bisschen lang gebraucht mit dem Baum. Oder ein bisschen lang gewartet mit dem Baum. Ich mache das erstmal ab jetzt hier. Das ist vielleicht doch nicht das Schönste. Vielleicht sieht es später nochmal gut aus. Wer weiß ist, wer weiß ist, wer weiß ist. Aua. So, weg damit. Und du auch noch weg hier. Oh, was? Ich habe ganz vergessen, dass ich hier Bäume eingepflanzt habe. Witzig, witzig, witzig. Dann hier weg. Und hier weg. Super, dann gehe ich kurz. Oh, da ist schon 3 hoch, okay. Gehe ich kurz da rein. Ich mache schon was bei ein paar Stöcker auf Vorrat. Komm, das ist gerade eh nicht für was anderes. So, Stöcker auf Vorrat. Jetzt brauche ich noch einen Stein. Wo ist mein Stein? Stein, 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 Stein. Oh, Stein habe ich noch, okay. Dann machen wir uns jetzt einfach mal. Drei davon. Eine davon. Zwei davon. Vier davon. Dann machen wir uns. Und jetzt. Noch. Tschüss. Und jetzt.